Was ist die Gemeindevertreter? Das war auch ein Grund für mich, geschätzte Damen und Herren, dass ich vor 37 Jahren als sogenannter Zugereister im Jahre 1995 eine bescheidene Gedenktafel anbringen ließ, nachdem ich erst kurz vorher von diesem Massaker Gehentnis nehmen musste. Im Jahr 2006, also 61 Jahre nach der Ermordung von 61 Gefangenen, beschloss der Gemeinderat die Errichtung einer Gedenkstätte, an der wir heute stehen und die heute gesegnet wird. Es waren Gemeinderäte dabei, es war unser Herr Pfarrer dabei und es waren nahe Anverwandte eines Opfers mit dabei bei der Entscheidungsfindung. Und die gemeinsamen Gespräche mündeten in einen gemeinsamen Beschluss, dessen Ausführung wir heute segnen dürfen. Ja, es gab leider emotionale Themen in dieser Sache, eine Anzahl von Irritationen, muss man auch sagen, vielleicht zu wenig praktizierte Diplomatie und vielleicht auch zu viel Eigeninteresse, in welche Richtung auch immer. Aber nach Beruhigung und allseitig sehr förderlicher Stillhaltung in diesem Thema können wir heute die Segnung erleben. Sehr geehrte Damen und Herren, für den Gemeinderat der Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern, für alle Bewohner dieses Ortes steht dieser Gedenkstein für die Ermordung aller des Zweiten Weltkrieges. Dieser Gedenkstein steht auch für die 386 Gefangenen aus Stein, wo sicher ein Teil dieser Inhaftierten aus politischen Gründen festgehalten wurde, wo die Gefangenen nach der Freilassung und bei der Flucht in alle Richtungen, zum Teil von Heschern gestellt und in den verschiedensten Orten unserer Region ermordet wurden. Dieser Gedenkstein steht aber auch für jene Menschen, die während des Krieges aus Gründen der Religion, der Rassenzugehörigkeit, der politischen Gesinnung nicht aus dem sogenannten tausendjährigen Reich flüchten konnten und ermordet wurden. Dieser Gedenkstein steht aber auch für die Menschen, und das möchte ich heute bewusst sagen, für die sogenannten kleinen Mitläufer, die aus Sorge um ihre Familie, ihre Kinder, sich schuldig machten und schwiegen und nach Kriegsende denunziert wurden und zum Großteil von russischen Horden umgebracht wurden. Ich kann hier aus meiner traurigen Erfahrung, aus meiner Patiner Kindheit einiges erzählen. Aber auch dieser Gedenkstein steht für jene Menschen, die in einen ungewollten Krieg ziehen mussten, Dessertation, nicht aktives Mitwirken mit dem Leben bezahlen mussten, aber auch durch Kriegshandlungen das Leben verloren. Dieser Gedenkstein steht für alle armen Menschen, die durch den Krieg, infolge der Umstände um den Krieg, ihr Leben verloren. Sie alle dienen uns als Mahnung, geschätzte Damen und Herren, sehr achtsam zu sein, dass sich solche Gräuel nicht mehr ereignen mögen. Vor einigen Tagen, geschätzte Damen und Herren, kam es zu einem bemerkenswerten Akt. Es wurden die Kulturwissenschaftlerin Alaide Aßmann, Sie ist Professorin an der Universität von Konstanz, von der Wiener Ärztekammer mit dem Paul Watzlawick Ehrenring ausgezeichnet. Worum ich das hier erzähle. Die Ärztekammer setzt Preise aus für Verbindung von Philosophie, Psychologie, aber auch mit der Gesundheit und die Arbeit der Dame hieß Gedächtnis und Erinnerung. Und dort bemerkte sie, dass der Urgedanke für ein geeintes Europa auf den schrecklichen Ereignissen des Holocaust beruht und dass die Grundwerte der Europäischen Union auf diesem Zusammenhang basieren. Sie bemerkte aber auch, dass die grauenhaften Verbrechen des Stalinismus und des Kommunismus viel zu wenig mahnendes Gedankengut und Inhalt europäischer Grundwerte sind. Sie plädierte dafür, dass sich kollektives Erinnern in dialogischen Formen ereignen müsse. Widerstreitende Geschichtsbilder sollten nicht rechthaberisch gegeneinander ausgespielt, sondern abwiegend miteinander verglichen werden. Nur so können die Menschen lernen, die Leiden des Anderen ins eigene Gedächtnis einzuschließen. Ich glaube, sehr geehrte Damen und Herren, eine sehr bemerkenswerte Äußerung, eine sehr bemerkenswerte Arbeit. Ich darf hier zum Abschluss Dankeschön sagen. Danke, dass Sie dabei waren. Danke an diesen Ausschuss, der hier versucht hat, eine für alle tragbare Lösung zu finden. Danke, dass dieser Stein nunmehr Wirklichkeit geworden ist. Und ich appelliere an Sie, mitzuwirken durch aktives Gestalten, aber auch durch bewusstes Entgegentreten, jedweden Strömungen hier Einhalt zu gebieten. Wehret den Anfängern von rechts, aber auch von links. Und dass sich diese grauenhaften Zustände, wie sie im Dritten Reich und auch nach dem Kriege, und das betone ich, und auch nach dem Kriege geherrscht haben, nie mehr wiederholen mögen. Dass Extremismus von rechts und links für immer verhindert werden möge. Und dass wir alle gemeinsam die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die in freien Faltung für unsere Bevölkerung fördern und mitgestalten mögen. Wir tun dies aus vollem Herzen für unsere Gemeinde. Wir tun dies auch für unser Bundesland Niederösterreich, für unser Heimatland Österreich. Und mit vollem Herzen bekennen wir uns zu einem freien Europa innerhalb der Europäischen Union. Geschätzte Damen und Herren, ich bitte nun die Frau Pfarrer und den Herrn Pfarrer um die Segnung dieses Gedenksteines. Und nachher ist diese... Vielleicht noch kurz was sagen. Ich bin Christine Arzterker, mein Vater, einer der 61 Ermordeten. Ich habe es nicht sehr nett von Ihnen gefunden, dass Sie mich nicht gegrößt haben. Ich möchte nur sagen, die Arbeitsgruppe, die vor vier Jahren gegründet wurde, ist zu keinem Schluss gekommen. Das heißt, wir haben diesem Denkmal nicht zugestimmt. Der Text auf diesem Denkmal ist von meinem Sohn. Nur möchte ich sagen, hier fehlt ein Wort. Das ist scheinbar absichtlich weggelassen worden, weil es hat geheißen, 61 politische Gefangene. 61 politische Gefangene hat es geheißen. Und Sie haben den Text von meinem Sohn einfach genommen, ohne zu fragen, ob wir einverstanden sind, damit das Sieben ändern. Ich würde es hier suchen, das können Sie heute am Nachmittag sagen. Wir sind hier in einer feierlichen Feier zu Ehren und ich habe hingewiesen auf die rechthaberische Haltungen dieser Positionen. Nein, ich muss sagen, mein Vater war dabei und der Herr, beschließen wir die Feier. Und bitte, Sie sind eingeladen. Nein, danke.